Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom King of Hearts 1 Re-Upload. Ich werde heute wahrscheinlich den dritten und vierten Teil nachholen. Und wir müssen erstmal Baumstämme einsammeln. Soviel ich es gerade noch weiß, sollen die Baumstämme, das Seil und das Laken einsammeln. Sollte eigentlich alles kein Problem sein. Wir könnten jetzt auch wieder mit Titus, Bacca und Sylphie reden. So wie wir auch mit denen trainieren können. Allerdings werde ich das alles im fünften Part noch ein bisschen zeigen. Hier haben wir oben das große Laken. Ich glaube in der Höhle war noch nichts, was wir holen müssen. So, hier ist der zweite Baumstamm. Ähm, dann gehen wir doch mal zurück zu Kairi. Mal schauen, ob das jetzt alle Sachen waren, die wir einsammeln müssen. Oh, du hast schon alles gefunden. Danke, Sora. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. High Potion erhalten. Müde wollen wir für heute aufhören. Ja, auf nach Hause. Ja, es ist schon spät. Wir machen es morgen zu Ende. So, Kairi's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a rat take us? Who knows? If we have to, we'll take us something else. So, suppose you get to another world. Hehe. What would you do there? Hmm. Well, I... I haven't really thought about it. It's just... I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there. Why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So... We could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So, let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kari, thanks. Heh. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? A pow-poo fruit. If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking... ha 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 ha. âhは ô ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Äh, außerdem brauchen wir das Ei da oben. Das können wir jetzt auch schon holen. Ah ja, verdammt. So. Äh, ich will kurz... Optionen. Kamera. Ich mag es nicht mit der automatischen Kamera rumzulaufen. Hätte ich gleich von Anfang an ausschalten sollen. Äh, eine ganz blöde Wahl bekommen wir die... Ja, die bekommen wir hier auch schon. Ich glaube von dem brauchen wir auch zwei. Ah, okay. Andere 3-0. Okay, hier haben wir noch eine. Äh, ich glaube es waren zwei. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein paar Sachen, die wir abgeben müssen an diesem Tag. Und dann holen wir uns gleich die Pilze aus der Höhle. Okay. Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, das ist... Ja. Ja, das ist... Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh, yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Tja, da haben wir einen alten Bekannten wieder getroffen. So, dann hätten wir jetzt, äh, haben wir hier noch einen Pilz. Ich glaube, es war nur der Einer. Ja, es war gleich nur der Einer. Äh, dann müssen wir eh schon auf die andere Seite der Insel. Oder besser gesagt, zu der Typ, wo Carrie, äh, im letzten Part noch, äh, vorgestanden ist. Oder besser gesagt, am Anfang von dem Part. Und die kommen wir jetzt zu einer anderen Seite der Insel. Wir könnten jetzt ein kleines Minispiele machen, ne? Nicht zum Mitlauf gegen Rico. Äh, um ein bisschen Zeit rauszuzögern, sonst wäre, ne, schon wieder alles vorbei, ne? Hey, so, unsere Fluss braucht noch einen Namen. Let's see, wie wär's mit Highwind? Wie würdest du es nennen? So. Und... Ähm... Gut, schauen, können wir nochmal löschen. Ne, das kann ich löschen. Ah, so kann man löschen. Mal kurz schauen. Okay, ich hab dann leider nicht so viel ausräumen wie im zweiten Teil. Äh, wenn dann, ist das auch nochmal ganz unspektakulär. Ah, so. Einfach mal so ein kleines Smiley. Echt, naja, hm. Hey, wär's mit, also wie immer, dann mal los. Was denn schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Die übliche Regel. Ihr könnt jeden Weg nehmen. Tja. Mal schauen. Im ersten, äh, Let's Play, also... Im Original habe ich hier... ...den Wettlauf verloren. Als erstes die Markierung berührt... ...und wieder hier ist Toth gewonnen. Und wenn ich gewinne, äh, ich bin der Kapitän. Und wenn du gewinne... ...lein kann ich den Paopu mit Kairi sharen. Huh? Deal? Der Wettbewerb bekommt den Paopu mit Kairi. Oh, warte mal. Okay, auf meinem Bezug. Äh, so. Mal schauen. Oh, ich schaffe. Ich schaffe nur, ich schaffe den Sprung. Gezielt. Ah, verdammt. Ich glaube, wir sind ein bisschen langsamer. Das dreht sich alles um Millisekunden. Ja, okay. Wir haben uns auch hier verloren im Reupload. Naja. Egal. Ging ja nur um den Namen des Flosers. Den man ja später auch noch ändern kann. So, hier ist noch ein Pilz. Äh, hier unten auch noch ein Pilz. So, kurz ansprechen. Heute haben wir einen Proviant für unsere Reise. Also so, du suchst ein Ei, drei Pilze, zwei Kokofrüchte, drei Fische und füll das hier mit Trinkwasser auf. Aber nichts hast du mehr. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, trage einfach. So, okay, die Kokofrüchte, die Pilze haben wir. Wir haben jetzt allerdings nur zwei Fische. So, hier unten bekommen wir das Trinkwasser. Äh, ich weiß gar nicht, ich glaube hier war kein Fisch. Das heißt, wir müssen nochmal auf die andere Seite der Insel. Und dann holen wir uns ganz rasch noch einen Fisch. Oder haben wir drei Fische? Äh, nee, wir haben nur zwei. Okay, mal schauen, wir sind der dritte. Das sollte eigentlich auch hier irgendwo sein. Ah, da vorne ist sie. Ähm, okay, okay, okay. Sonst brauchen wir eh nichts. Tja. Und wer hat das gedacht? Damit wären auch... ...der dritte und vierte Teil eigentlich schon wieder verändert vom Reupload. War jetzt nicht ganz so lange, wie... ...der erste Teil von den Reuploads. Aber wir haben jetzt eigentlich alles gesammelt. Und das bedeutet... ...und wir sehen uns im Original-fünften Part. Das ist wie immer eine Bewertung, da ich will mich drüber freuen und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo raushauen. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, im Original-Part. Und ich werde jetzt noch die drei verlorenen Folgen aufnehmen. Und wir hoffen, wir sehen uns dann bald zu einem anderen Let's Play wieder. Ciao.